moin leute und herzlich willkommen zu minecraft return der start war etwas sehr chaotisch deshalb wollte ich euch einfach im voraus begrüßen aber da ich das ganze gar nicht so in die länge ziehen will geht es direkt nach dem neuen intro los Fuhfuhu Fuhfuhu Fuhni Zorgt Minecraft Twitter nein Nein. Zehn, neun, acht, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, drei, eins, eh! Ich war über den Steuern! Ja! Schau, ich war der Erste, du ihn... Fick dich! Nein! Ah, sie leckt! Bitte diesen! Nein! Hey, weg da! Zurück zur Baufeld, zur... Ihr könnt auf die Treppen hochgehen! Hoppla! Das ist die alte Farmwelt! Das ist, das ist eine Farmwelt! Ich bin jetzt in der Ballwelt! Die total verregnet ist, uuuuh! Hey, das ist die Bauwelt hier hinten? Wir sind voll viel Zombies! Oder war das denn Rack? Wir gehen hier in dieses Schloss Bucks! Ich weiß nicht, ich gehe nach, äh... Das ist doch nie eine Bauwelt! Wo? Nach Norden! Bitte, wohin? Ja, ich würde sagen, du gehst die Treppe hoch und farmst erstmal! Na gut! Bleib mal! Bleib mal da! Hm... Ach, hier die Treppe hoch! Bist du durch die Treppe hoch und erstmal farm? Okay! Achtung! Ich hinter dir ist ins Zombie! Nein! Ist er nicht! Mach ihn weg! Fiene! Hilfe! 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 Warum hab ich so... Warum hab ich so schlecht, äh... Aber ich möchte grad zum schlechten Ping! Hui, es hilft in der Hälfte! Weil du ein schlechtes Internet hast? Nein, hab ich nicht! Ich hab normalerweise viel Internet-Internet auf! Mach auf! Max, gehen wir in die Aufnahme 1? Ja! Ne, Aufnahme 2, oder? Einfach der Standard Minecraft leben! Hi, was geht? Nimmst du alleine auf oder dürfen wir uns zu dir gesellen? zu dir ich wollte ich wollte kurz alleine kurz das ganze erklären aber dann können wir gerne vorbeikommen wir sind in zwei drin dann holen wir noch schnell max dazu aufnahme channel 2 so max hallo nein wo ich werde verteidigen danke ich glaube was hat viele gemacht bin jetzt alle ich weiß es nicht so und irgendwie werden mein archiv ist auch nicht angezeigt irgendwas stimmt da noch nicht ganz dann ist allerdings ein dorf und so eine pyramide ich ich wollte sofort zu dir kommen ich wollte nur schon steinzeug mitbringen ja ja ich kühle jetzt erstmal alles nicht dass jetzt die anderen und wie noch was kümmern ok kürzer auf das dorf da sind kartoffeln hab schon alles perfekt dann hole ich noch schnell eine achse für dich und so alles es könnte sein dass ich sterbe stimmt über slash von kommt man zum spawn ein selbst lenken und du stirbst nicht ich bin auf dem weg zu dir ich hätte dich ich bin jetzt in der links dann hast du obsidian abgebaut ja habe ich nein ich habe ob sie dann in der eisentur von der natur da viele da bestimmt auch irgendwas gefunden dann hat viele diamanten gefunden weil sie das archiv mitbekommen hat aber übrigens die winter ist nicht an und hier ist ein skelett rette mich max kann ich nicht kann ich nicht komm her komm her dass du es holz holz zu haben da kommt ein skelett ach guck mal hier eine axt spitzhacke für dich dann können wir uns hier schon mal runter bauen wir können aber auch einfach zur burg gehen und darf haben da kann man und nämlich auch gut was absnacken ich würde sagen gehen wir erst erstmal ich muss hacken es kommt rein ich habe ganz viel zeug bekommen ah creeper ohne ausrüstung ist es schon übel ich komme mal kurz zum spawn also nein kein mini zombie nein hilf mir max hilf mir ein creeper ich kann dir nicht helfen wo bist du denn ich bin auch am spawnen und vielleicht von einem skelett angegriffen in der farmwelt in der farmwelt ja okay dann lass uns mal an dem spawnen nach unten gehen in die mine rein nein 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 ich bin jetzt im dorf drin ich bin jetzt am spawnen egal ich habe übrigens deine ganze sache mitgenommen ich gehe kurz unten in die mine rein in der hoffnung dass die leute noch nicht alles weggenommen haben und das ist felix habt ihr habt ihr schon neue plätze gefunden wir sind gerade in der farmwelt am spawnen wenn du in die mine reingehst kommst du zur farmwelt wir haben uns überlegt die anmoderation danach zu machen und ja natürlich sind max und felix beide in der video überschreibung verlinkt ich weiß nicht darf ich dich felix nennen ja ja alles cool das ist super hätte ich auch nicht anders erwartet ich möchte mich kurz hier einbauen was wie kommst du zur farmwelt ich bin unten in der mine drin wenn du spawns dann gibt es doch den weg zur bauwelt und zur mine da musst du zur mine reingehen und ich glaube ich mach mal fackeln wenn man ansonsten kaum was sieht ich habe extra schon den shader ausgemacht weil es sonst viel zu dunkel ist du rechts links oder gerade ausgelaufen ich bin da wo die fackel steht hier da gucken wir mal das ist deins und dann kriegst du hier von noch was und das bekommst du noch und das bekommst du noch falls du noch mehr brauchst sag bescheid ich werde welche noch mal fahren gehen also ich bin gerade mal beizufahren aber okay nein ich meine oben zu fahren da vielleicht sollten wir dann auch relativ zeitnah zu unserem berg hin bevor sich da andere leute niederlassen oh gott ich will hier irgendwas böses so zehn spieler online cool aber ich glaube der ist ein bisschen zu streben angespannt an alle die es mir jetzt in die kommentare schreiben wollen bau doch die erzahl hier ab die sind protected bis zu dem holz und ich hab's überlebt du hast es überlebt so sagt max was tust du wo bist du sagst du wirklich stein ja warum brauchst du dich nach unten du bist schon auf höchst sehen so dann video settings shaders shader wieder rein ja moment kohle holz und sticks fackeln wären zu kompliziert gewesen ja jetzt hast du noch mehr willst du schon die ersten diamanten finden wir haben kein eisen also ja dann sollte vielleicht eisen finden deshalb wollte ich jetzt noch mal zur pyramide die war in der nähe des dorfes denke ich jetzt mal kurz hin so denn bis gleich verlässt du mich jetzt ja wie gesagt ich gehe kurz die dinge ausbringern ich habe gerade gold gefunden draußen das heißt das sollte ich überlegen es ist hell und dann komme ich eines tageslicht weil sie war in dem gleichen dort wo wir waren ja ich habe irgendwie langsam ziemlich hunger ich kann gar nicht mehr sprinten hallo creeper ja direkt am spawn in der farmwelt da können creeper kein schaden anrichten einfach vor die stellen und sie explodieren lassen nein nein springen runter zu investieren oder bringen wir schon von allen war es was hat sie getan ach so stimmt sie hat das dorf geplündert da war bestimmt einiges drin das war das gleich doch wie wir ja ich weiß aber sie hatte vor uns die ganzen achievements so kann man auch erde farben einfach explodieren lassen ja tatsächlich ja okay vielleicht liegt daran dass gerade zehn spieler gleichzeitig die welt neu laden aber eigentlich ist das server recht gut ausgelegt ich mach grad tun kürbis abon boah du hast kürbis in der farmwelt oder in der normalen welt in der farm da ich bin neben dir hallo tun neben mir sein da ist fiena ne das war ja fiena sollten wir vielleicht nicht töten die ist voll iron hallo fehler einmal schlagen und dann ganz schnell weg haben wir auch schon melone ja melonen können wir hier nicht einfach so in der welt finden außer im jungle ah Mist das ist dann die nächste farmwelt für gut ach so difficulty ist auf easy da ist irgendwas falsch gelaufen schon besser also jetzt müsst ihr euch noch ein bisschen mehr von den monstern in acht nehmen wir spielen jetzt auf hart ja komm kurz mit ich will hier ich esse jetzt karotten das geführt kein weg drum rum irgendwie ist meine hunger anzeige komplett verpackt ich habe zwei rein nein ich glaube rote beete macht dir extra herzen karotten auch aber ich habe ja keine extra herzen sondern extra hunger leiste das verstehe ich nämlich kann nicht also eigentlich egal ich würde nicht gleich schon mal anfangen bisschen leder zu sammeln ja ich habe übrigens jetzt schon eine axt also ah ok ich habe gerade noch holz gesammelt um mir noch eine axt zu machen auch wenn ich noch holz hatte oh hier ist zucker cool wenn wir jetzt noch genügend leder haben haben wir dann schon bald den zaubertusche stimmt das ist das nicht voll fix hier das ist ja auch so der plan zweite folge zaubertuschen ja easy so und da ist meine internetverbindung abgeschmiert ich bin wieder da ah ok ja du hast problemchen ich dachte mir gerade warum leckt der server so krass aber dann ist doch mein internet einmal ausgegangen ja ich werde mal gucken dass ich mir die tage noch ein ladenkabel in mein zimmer lege im moment spiele ich immer über wlan ach so ach so das ist ja nicht so so ok das funktioniert ja mein kopf sagt das jetzt nicht mehr zu laut ich glaube wenn man fährt bekommt man auch ähm leder die großen die großen ok max kennt sich aus als ob du schon ein schwert hast ich hab schon vier leder ja ich hab schon leder und ich hab gar kein leder ok kann man auf die stadt machen ne dann komm hast du zwei äh ne ich hatte nur eine ich bin am überlegen hier ist die höhle höhle ja ach so ich dachte jetzt da wäre irgendwie eine höhle aber nein da ist so ein kleiner gang ja daran erinnere ich mich hier ja 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 wo cool ok gettinger upgrade moment ich weiß guck ich mache achievements und tada es ist doch ein achievement achievements ist ofenbau kein achievement mehr ja ich glaube nicht was zum na gut ich kenne mich ähnlich so mit den erfolgen aus wo bist du denn jetzt schon wieder ich glaube ich installiere ich installiere ich installiere mir noch eine minimap dann kann ich dich besser finden lokalisiert und mein inventar ist jetzt schon voll mein inventar ist auch schon fast voll du hast doch noch keinen satt und nichts aber fährt zähmen ah ja schon geht die spammerei los wo die bitte das wollen wir uns am sport treffen ich gebe einfach selbst worden und bin ich in fünf sekunden da ich sage ja gerade noch weizen samen und gucke was es hier denn noch so alles gibt brauchen wir noch zucker oder hast du da jetzt schon echt genug ich habe fast ja das würde ich als echt genug einstufen ich bin in fünf sekunden da wenn ich jetzt nicht läge ok dann war es der server nicht ich hallo ich bin wieder da kommen jetzt auch in die farm welt wenn ihr da seid wir sind jetzt am sport was hast du denn im auge bist du bist du ein intermeer ich bin in dem enden ich bin zu einem mein vater war ein hier ein steif ein forster heute albert einstein ich war aber zwei stadt können wir ein foto machen ein screen aber moment da muss ich noch meine sachen außen aus den händen legen oder so hat albert zwei steigen getroffen das war es jetzt auch schon mit dem ersten teil der ersten folge ich dachte mir ich teile das ganze einfach an zwei weil 45 minuten zu viel werden ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja lasst den da oben da wenn ihr neu seid lasst ein abo da und bis zum nächsten mal ciao